Was mache ich bloß mit meinen Händen? In unserem Körper gibt es ganz viele Verbindungen und Verknüpfungen. Wo ein Muskel aufhört, fängt der nächste Muskel wieder an. Und so hat mein Fuß oder mein Gehverhalten Einfluss darauf, wie es meiner Schulter geht. Und wenn ich mich in den Händen verspanne, hat das Einfluss auf meinen Kehlkopf und die Muskeln im Kehlkopf. Deswegen wollen wir heute ein bisschen versuchen, was wir mit unseren Händen machen können. Weil oft beim Singen weiß man nicht, was man tun kann und sie verkrampfen mehr, als dass sie uns helfen würden. Stell dir mal vor, du bist ein Magier, eine Magierin und hast vor dir eine Zauberkugel, in die du hinein siehst. Vielleicht siehst du Hogwarts, Narnia, das schöne Waldviertel. Und spür diese Energie, die aus dieser Zauberkugel herauskommt, die zwischen den Fingerspitzen hin und her fließt. Wir singen jetzt gleich auf Bo-Ba und spüren währenddessen diese Energie in den Händen. Du siehst, bei der Phrase gehe ich ein bisschen auseinander und sobald die Phrase vorbei ist, lasse ich es wieder zusammenkommen. Gemeinsam mit der Atmung. Bo-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba Wichtig ist hierbei, dass du nicht einen Meter auseinander gehst, weil da spüre ich keine Spannung mehr, sondern die ersten drei bis fünf Millimeter sind die wichtigsten. Und auch, dass du deinen Bauch wieder schön locker lässt und zwischen den Phrasen nicht mit dem Brustkorb einsinkst, sondern schön aufrecht bleibst und in dieser sängerischen Haltung bleibst. Gleich noch einmal. Gemeinsam. Wenn diese Zauberkugel zu fad wird und du schon alles in dieser wunderschönen Zauberkugel gesehen hast, kannst du auch einfach ein Gummiringel nehmen, das du sicher zu Hause hast oder einen Haargummi und auch versuchen hier einen Zug zu spüren, eine Verbindung zu spüren. Machen wir weiter auf Muma. Wichtig auch hierbei, wechsel mal die Hand, dass die andere Hand auch oben sein darf. Und so kannst du kreativ sein. Du kannst auch versuchen mit deinen Händen etwas zu malen in der Luft oder dir ein Luftschloss zu bauen oder dich selbst zu dirigieren. Diese Bewegungen in der Hand können positiv auf deine Stimme und auf das Singen wirken. Ja. Vielen Dank.